Hallo, willkommen in meinem Kanal und Küche. Heute ich habe ein großartiges Eröffnungsrezept vorbereitet, das in Baumwollen ähnlichen Fließbodendraht unterteilt ist. Ich werde es sofort machen, indem ich Ihnen empfehlen, es zu versuchen. Zuerst für den Teig der Öffnung 1 Wasserglas warmes Wasser, 1 Packung Austernhefe, 2 Esslöffel Zucker in meinem Knittbehälter. Ich mischte mich schön mit meinem Spatel zum Schmelzen von Hefe und Zucker. Dann auf 1 Tasse Flüssigöl, 1 Eiweiß und 1 Teelöffel Joghurt. Übrigens trennte ich die Kante, um auf dem gelben Ei zu fahren. Ich habe alle Materialien hinzugefügt, die ich nicht schön gerührt habe, jetzt habe ich das Mehl hinzugefügt, das ich bereits diskutiert habe. Ich mische weiterhin mit meinem Spatel, bis mein Teig durch Zugabe von 1 Teelöffel Salz auf dem Boden kondensiert wird. Wir werden einen Teig in Konsistenz wie möglich vorbereiten, ohne ihn zu befestigen. Wenn Sie den Teig der offenen Pochert vorbereiten, die Öffnungen, die Sie tun und die Pocherts werden auch so flauschig. Ihr haben insgesamt Ich verwendete 4,5 Tassen. Die Wasserbechergröße I im Entwurf verwendet ist 200 ml. Es kann variieren, wenn die Menge an Teig weniger als die Qualität der Marke jeder ist. Fügen Sie Ihr Mehl in kontrollierter Weise. Ich kaufte den Teig im Knettbehälter wieder, nachdem er schön geknetet wurde, bis es zu glatter Konsistenz kommt. Wir kneten unsere Seite. Ich nahm das verbleibende flüssige Öl unter dem Glas, um den Teig nicht in Stretchfolie zu stecken. Jetzt lasse ich den Teig bei Raumtemperatur, bis der Teig verdoppelt ist. Ich konnte nicht nur 45 Minuten bei der Raumtemperatur, weil ich rasche. Wenn Sie Ihren Teig für mindestens 1 Stunde empfehlen, können Sie es schöner machen. Ich kaufte die Maschine jetzt. Ich habe es zu 4 gleichen Teilen geschnitten, nachdem ich mich in Rollenform ausgebreitet habe. Ich bin bereit für meine Bienen, indem ich die Stücke von Teig rolle, die ich jetzt geschnitten habe. In diesem Rezept bereiten wir 4 Stücke Beze und bereiten ein komplettes Tablett voller Baumwolle wie Baumwolle. Vogelöffnungen sind ein einfach zu machendes Rezept zur Vorbereitung. Ich bin sicher, ich denke überhaupt nicht an mein Rezept, aber ich bin sicher, ich bin definitiv versuchen, es zu versuchen. Dann werden Sie gerne zu viel, wenn Sie keine weitere Erfahrung haben, um Jufka zu öffnen. Nachdem Sie vorbereitet haben, können Sie für 15 Minuten ruhen, indem Sie den Teig leichter decken. Ich werde Jufka auf eine Weise öffnen, die ich die Labyrinthe vorbereitet habe. Ich begann sofort Jufka zu öffnen, sobald Sie es gesehen haben. Ich habe auf eine Weise geöffnet, jetzt bin ich hungrig, ich werde den Teig auf die gleiche Weise öffnen. Ich werde auf einer Untertasse, ich werde 4 Jufka vorbereiten, indem ich die gleiche Größe später öffnet. Wir werden die Butter nehmen, die wir aufeinander geschmolzen haben, und wir werden sie zusammenfügen. Und auf diese Weise werden unsere Öffnungen cutcut und sehr lecker. Ich habe die Creme Butter geschmolzen, jetzt öffnete ich die Butter, die ich alle Jufka geschmolzen habe. Ich werde schreiben, dann auf der ersten Jufka, die ich in der Lage war, die zweite zu schmieren. Ich bin erstaunt von den Rändern des Teigs und ich schubse die beiden Hanfs. Unser Teig ist leicht geöffnet, wenn Sie auch mit den Händen ziehen, weil es bereits in einer engen Konsistenz. Ich löse den dritten Jufka darauf schnell nach der Butter auf dem zweiten Jufkanen, und ich ziehe die Butter auf den dritten Weichmacher und reihen sie auf den letzten Weichmacher, so 4 Weichmacher. Wir haben in der vierten Runde des Teigs in einer Reihe gefaltet, nachdem wir die Butter 4 von der gleichen. Und ich gebe auch eine quadratische Form beim Öffnen der Jufka. Schauen Sie sich an, wie flexibel der Teig ist. Es ist einfach, bei uns zu halten und es herauszuziehen. In dieser Phase bin ich so gefaltet, nachdem ich den Teig geöffnet habe, bis ich mich öffnen kann. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie mein Rezept hier beobachtet haben und es nicht gefällt, vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu machen, wenn es klein ist, um die gleiche Taste zu drücken. Wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind, können Sie mich jetzt als Abonnent unterstützen, wenn Sie den Notrufring öffnen. Die Rezepte, die ich geteilt habe, kommen sofort zu Ihnen. Dann nehme ich die Teigstücke in eine Platte, die ich geschnitten habe, um die Butter, die ich auf den Teig nahm, vollständig zu frieren. Ich entferne es aus dem Kühlschrank, indem ich es mit einer sauberen Tasche bedeckt. Ich erwartete den Teig für 20 Minuten im Kühlschrank. Also, die Butter, die ich völlig eingefroren war. Jetzt kaufte ich eine der Teigstücke. Ich begann es mit meinen Fingerspitzen zu öffnen. Jetzt schneide ich den Teig, den ich geöffnet habe und beginne, die Form der Öffnungen zu geben. Die Zubereitung von ist ein sehr einfaches Rezept. Außerdem können Sie den Teig vom Abend zum Kühlschrank entfernen und im Kühlschrank bis zum Morgen warten. Sie können Ihre Eröffnung schnell vorbereiten und warm zu Ihrem Frühstück kochen. Übrigens gibt es viele einfach zu fertigende Rezepte, die ich zuvor in meinem Kanal veröffentlicht habe. Sie können sie auch durchsuchen. Übrigens können Sie es vorbereiten, wenn mein Rezept zu Ihnen geht. Wie gesprengtes Ölpapier, unter dem wir alle schnell vorbereitet. Ich habe es im Ofenboden gekauft. Ich habe es dann 10 Minuten in den Ofen schwimmen, die ich für Tabletthilfe gebissen habe. Ich warte 10 Minuten im Ofen. Wie Sie, Buf Buf etwa vulgar. Now I kaufte es aus dem Ofen. Ich habe ein Eigelb getrennt, um weiter zu fahren. I hinzugefügt Milch in einem süßen Löffel im Gelben des Gelben. Und nach schönem Rühren nehme ich sorgfältig die Hefe der Öffnungen. Ich werde 180 Grad Ofen kochen, dass ich die Öffnungen erhitzt habe. Die Löcher sind wunderschön wütend. Ich habe von Öffner gekauft. Ich gehe sofort nach dem ersten Düsen-Austritt zum Gewebetest. Wie viel Funken sind? Der Baumwollartige Fließdraht war ein reserviertes Öffnungsrezept. Ich sage, dass alle, die es tun und versuchen werden. Hier kamen wir zum Ende eines schönen Rezepts. Vielen Dank für Sie zu sehen. Wir diskutieren in mehr Rezepten. Sie sehen mit uns. Zieh dich mit deinem Laden an. Denken Sie daran, Hossakallen. Beachten Sie, das vergessen Sie nicht zu erklären und zu kommentieren. Um im nächsten Rezept zu diskutieren, schön dick, werde ich Ihnen sagen. Leffing Inferior. Das Schmine Ptofilis ist.